Musik Sören, am Sonntag gab es ein 2 zu 1 Sieg gegen Schilgsee. Neben den Langzeitverletzten haben auch noch viele Spieler grippekrank gefehlt, sodass insgesamt zehn Spieler ausgefallen sind. War es unterm Strich die komplizierte Aufgabe, die man erwartet hat? Absolut. Schwere Aufgabe gewesen. Gegen den Tabellenletzten gespielt, der mit drei Punkten nichts mehr zu verlieren hat. Es war klar, dass wir auf eine laufstarke Mannschaft treffen, die ihre Spiele eigentlich immer nur sehr knapp verloren hat. Und ja, da mussten wir alles raushauen. Und ich denke, dass wir am Ende dann durch unsere individuelle Qualität das Spiel noch gedreht haben. Das Spiel gegen Schilgsee wurde ja mit dir als Cheftrainer gespielt, da Alex Kine ja ebenfalls grippekrank ausgefallen. Du hast ja schon nach der Amtszeit von Stefan Gerke drei Spiele als Trainer gecoacht. Wie ist das für dich als Ex-Profi und ja noch sehr unerfahrenen Trainer, eine Mannschaft wie unseren TSV zu dirigieren? Richtig. Ja, grundsätzlich ist es keine ganz neue Situation mehr für mich. Wie gesagt, ich habe drei Spiele schon mal oder drei, vier Wochen das Ganze schon mal alleine gemacht, auch mit einem Co-Trainer zusammen. Aber klar, ich lerne jeden Tag dazu, auch hier in Gesprächen, im Training. Ich lerne auch von den Spielern, einfach eine neue Liga kennenzulernen. Die Regionalliga kannte ich ja bis dato noch nicht. Und spannende Aufgabe, macht mir riesig viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten, mit einem Verein hier zusammen, mit einem Cheftrainer. Und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Am Sonntag um 14 Uhr kommt ja der Meisterschaftsfavorit VfL Wolfsburg zu uns. Die Wolfsburger müssen unbedingt gewinnen, wenn sie oben an Oldenburg dranbleiben wollen. Wie viele Spieler sind bei uns wieder fit und wie schätzt du unsere Chancen bei dem Spiel ein? Grundsätzlich, wer alles fit ist, kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Wir haben, ja, der Platz füllt sich wieder langsam, ist aber noch nicht ganz voll. Wir werden sehen, wer am Wochenende alles kann. Aber klar, das wird kein leichtes Spiel am Wochenende, am Sonntag. Aber auch da, ich sage, wir können jede Mannschaft schlagen. Und da müssen wir aber auch im Training wieder in die Woche richtig gut arbeiten, wie auch heute schon, wo wir wirklich sehr gut intensiv gearbeitet haben. Und wir achten eigentlich insbesondere der Trainer und ich auch ganz viel auf Details, weil wir glauben, dass in den Details eigentlich dann der Erfolg liegen kann. Ja, das fängt beim Passspiel an, beim Freilaufverhalten, bei der Dynamik der einzelnen Spieler, bei der Körpersprache. Und ja, ich denke, dass wir da am Sonntag dann auf jeden Fall, wer dann auch immer spielt, eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben. Bis zum nächsten Mal.